Da sich niedergekniet, hat gesagt, jetzt habe ich es schon so lange mit dir ausgehalten, jetzt ist es auch egal. Mit Dennis? Alles. Einfach alles. Glück, Liebe, volles Vertrauen. Sehr romantisch war das alles, wenn ich jetzt da zurückdenke, Studi4Z, die war einfach eine von tausend Frauen, die ich gekuschelt habe. Ja, und sie ist mir ins Netz gegangen, muss ich sagen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020